Und damit willkommen zurück und welcome back hier zu Part 6 von der Roblox Garden of Banban Morph Offiziell Mod. Heute spielen wir als Ungezogener, wo ich den Namen richtig geil finde. Richtig geil, richtig geil. Und heute möchte ich mit euch in Garden of Banban 2 Heiden Sieg spielen. Hm, man sieht mich nicht, oder? Das sieht irgendwie komplett nicht aus wie das Game. Piep. Hm. Hm. Habe ich mittlerweile was bei den Geschenken? Ja, habe ich. 1,5-facher Geschwindigkeitsboost. Doch, das fühlt sich an, als wären wir schneller. Doch, doch. Ähm, als Ungezogener möchte ich mit euch zum einen hier reingehen, so weit rein geht's gar nicht, das wusste ich gar nicht. Wen hätten wir denn beim nächsten Mal? Tata, dann Bitterdügel 4, NeppNap, Herr Kabobmann, Langsame Selene und Stingerflin. Ja, doch, dann weiß ich, wie ich's einordne, dann geh ich heute... Oh, das Ding erflin, was machst du denn hier? Ah. Ja, du hast dich verändert. Alle sagen, Sust. Pegu, Pegu, Pegu. Pegu, Pegu. Okay, okay, ich mach's doch nicht. Ich mach's mit irgendeinem krasseren Charakter. Und dann gehen wir heute hier einmal rum. So, so sehen wir. Und... Gucken wir uns... ...nochmal kurz... ...hier um. Fly me to the moon. Das ist, glaube ich, ein gutes Thumbnail. Digga, wenn ich mal mit Kumpels diese Map hier spielen soll, lol, piep, dann schreibt's in die Kommentare. Ich hab auf jeden Fall sehr geile Ideen nähen. Aber weißt du, wisst ihr was, Leute? Ich schlage vor, dass wir beim nächsten Mal Nap-Nap machen, danach langsame Celine. Danach Stingerflint, danach der Kabob-Man. Und danach dieses Kameldorn. Und danach erst diesen Baby-Ding. So ungefähr würde ich's machen. Aber das soll's... Oh, da hat er eigentlich alles versteckt. Aber das soll's tatsächlich schon gewesen sein. Wenn ich mal meinen Kumpel fragen soll, ob er hier drauf mit mir Heiden Sieg spielt, schreibt's in die Kommentare. Ich wär damit aber schon raus. Ciao und tschüss. Euer ultra-netter, schöner, supergeiler Macher. TMSS, der gerade stuck ist. Und wer ist denn relativ groß? Der ist relativ groß. So's. Dann gehen wir kurz den Stingerflint rein, damit der Bug behoben wird. Und gehen wir wieder zurück zu Ungezogener. Von daher sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ups.